und herz kommt zu seiner warte voll manchst besser um ich würd sagen dumm gelaufen warte ich fliegt mal und ich sollte aus dem adventure mod raus kommst du mit auf fack ich wollen wie kommen wir da hoch sei ich korrekte ich hab ne idee warte hör auf nein hat alter braucht er bauerde so ich mache mir einfach jetzt mal eben ein v ich mache gerade gerüst erde so ist fertig wo bist du denn da war nicht so schwer du musst hier oben gleich mal noch an dem mach ich mal eben hatte ich war euch zu schwer du musst nicht mal ein ding ins gehen ja könntest du dann gleich schlecht nach oben kommen oder soll ich heute mal alles wieder alleine bauen es ist mir egal ich da ist man es heute hat ich kann es ja sie werden die reihe bisher zwei ergegen bringen das nix ich habe nur noch ein halbes herz und hat von meinem sprung holen also hier sollte man nicht mit weniger zu einem herz runter springen also ich habe ein waschen nachgeguckt der Berger wird immer übelst geiler hohe heiliger Sprenger weniger wieder ein halbes herz hat man gut so sollen wir dann gleich mal die Stelle auch machen wieder kannst du machen und ich habe keine Ahnung ich mache es mit dem Generator nein weiß warum weil ich muss dann wissen wo über die wo wir Etagen haben wollen er er hat also lieber zu also in der Höhe so was Prozent ich glaube ich kann auch eine Frage siehst wie im Game & Geh äh was hast du gesagt ich eine Frage siehst du wir hier im Game & Geh nein warum ich sehe nur ITMC Stabfall oder so wird ja Fallschaden ja das rastst du immer so als Spaß auf so ähm eine Frage sind äh hier vorne soll das nicht genau hier vorne abbauen hier sollen gleich Treppen hin ja aber doch jetzt machen aber am besten aus Holz weil Stein Koppel sieht ja immer scheiße aus wir machen wir jetzt aber erstmal Kabel eben ne ich hab ich hab Holz ich hab Holz ja auch schon so Hölzdinger Bekomme ich würde das dann so machen dass man dann hier so und ich habe die Schilder und ich darf doch so was ich immer jetzt im Treffen und guck mal eben wo die Etagen müssen ich hab mal acht Stück gemacht ja warte ich mach jetzt mal eben ich geh mal eben in meinen klugen Generator wieder rein und der hat hat man sich mal wieder vergessen ab ich muss sagen was schauen so da bin ich wieder das hier hat über 190 FPS aber Jolo so ich sag schon mal eben das kopieren hast du noch Holz zufällig nein aber in meiner Kiste müsstest du mal gucken bei der Katzen als nennen wenn es sein muss Vater Tö ich werde es immer ich will mal nicht zu viel nehmen weil ich würde Eichenholz zu nehmen so warte das hier müsste an Minus 1 müsste hier dann stehen und ich glaub du bist gleich wieder kurz auf Skype raus warum weil du grad Spackst deswegen haben wir irgendwo noch Eichenholz? brauchen dringend Eichenholz, äh hat die haben keine Eichenholz? Nein hat die Truhe endlich mal Zeug? und ich bin so jetzt mal eben auch bin ich wohl ich Torfkopf ich hab das Schild für hoch also was hier unten soll nach oben hingestellt war das dumm oder war das dumm? war dumm ach besser als er gesagt hast du warst bei der Polizei, was da warst bei der Polizei ich war kurz davor wo ist da ungefähr dort? ja einmal über die Straße deswegen oh es war ein Vibrator das war genau welche warte welcher Warten ja nicht so ähm aber wohin soll es schafft jetzt hin? ich glaub da eigentlich eher weniger so sagen wir nach hier oben warte da muss ich mal eben um zu Weibel weiterbauen was so das so die ganze Zeit ja ich aber guck mal ey wer hat mehr Tode wer hat mehr Tode? ey wer hat die meisten Tode? ja leider aber wenn sie jetzt weg machen wird es Welt erst fies und gegenüber sollen ich weiß noch letztes zu besser nein aus dem ja als mein Opfer war es in den Funkszeichen hat sie erst alle geglaubt habt haben wir auch noch Eichenholz und und Eichenholz äh ich glaube nicht nicht wirklich das einzige was ich höre gerade habe ist Kabel ist das da? ja ich bleib wohl auch erst mal noch da ich bin ja grad auf dem Merk falls es sie ist äh 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 ich bin ja grad auf dem Merk falls es sie ist äh äh jammkart seine Kiste erst seit heute deswegen der kann doch nix haben boah das hört man zwar voll in der Folge aber pfff ist doch nicht schlimm oder? nö nervt mich ja nur so kannst du nicht einfach deine Vibration ausstellen? kann ich machst du das nochmal? nö das gut so das jetzt würden wenn ich jetzt sage äh wenn man jetzt so den Eingang so guckt das ist ja ein bisschen scheiße aus was da dritten da will ich mir nur denken fick dich aber ne bin ich eigentlich nicht toll jetzt wird es dunkel hast du schon eine Schilder unten? füllen auf zu können nicht ein Schild schon aber es wo ich grad hier bin noch nicht ich muss mal eben erst hier oben den Weg bauen weil wie du siehst ich bau hier oben an den kannst du noch gar nicht sehen weil ich bau hier oben eine kleine Plattform damit man hier nicht unbedingt runterfällt ich muss dann auch oft wenn die Folge dann aufgehört wird ich bau hier oben eine kleine Plattform damit man hier nicht unbedingt runterfällt ich kann grad nicht gucken weil der Dokumentierter ist nicht ich bin grad dumm ich komm da ja nicht hoch ach so ja warte ich bin eh sofort kann ich nicht zu gehen? warte ich muss ja eben nur die Koordinaten eingeben noch äh nein nicht immer dem Fenster hab ich jetzt ernst auf den Generator geschlossen keine Ahnung ich hab ihn mal zu dir tippet ne ja ich hab's gesehen hab ich den vielleicht noch in der Zwischenablage? jo hab ich gut warte so das hier wär das Runterschild jetzt hab ich jetzt zwei mal offen genau so warte auf Zug dunkel hoch das hoch und das ist den mal wieder warte so ja hier oben bei jo kann man gleich heute bauen also erstmal slash tp et p jetzt muss ich mal eben hier gucken alter b das war ein kleiner Fail grad von mir so slash tp minus 1 5 das 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 dürfte genau so wo soll hoch und zu so 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 ich bin ich nicht auch gut ich bin ja die Schilder machen es ist ein bisschen ich gehe es aber nach komplett unten muss man hier nochmal die Koordinaten schreibt schreibt einfach auf auch scheiße so und bringt ja nicht ich kann ja genauso gut sein dass das fenster aufgenommen so wie lang kannst du noch naja die und drängt mich schon also der erste hoch und der mechanismus geht schon mal so machst du denn das letzte alleine ne ich bin eh sofort fertig hä verstehst du das ja und ich schla ich schaff dich wie immer weg ach schaff ach so ja wir haben das war nun mal nach der Tod mal wieder so das hat er da kann ich kürzelt und so älteste abgemacht nein ja ich kann runter ich kann aber runter das wird sich bitte geben bitte äh kann ich gleich machen ich würde also nur so als tipp für dich wenn du dich tippest bist du lebensmüde wo bist du wo bist du aufzug am bau noch auf ich tue mich mal kurz äh mütten gell ja so so dann würde ich sagen enden wir hier nach die folge wo ich komme aus so So, mal eben noch die letzten Sätzen. So, schreibe ich ihn hin. So, bis dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.